Ja, zwischendrin so ein langes Köln-Kuschelbaut. Ja, dann ist es eben auch gleich ein bisschen, so wie ich sage, aber ich denke, wie so ein Ampere ist, genau, die Formaner, weil die Kuschelbauten sind, und dann, weil sie sich nicht mehr in den Worten sind. Und es kann einfach sein, dass Sie sozusagen jetzt, also wenn Sie in den Park oder so, genau. Bloß es kann eben sein, dass jetzt zum Beispiel Sie einfach den Jungen jetzt so gelernt haben, dass Sie gesagt haben, ich denke, ich habe normalerweise in der Tasche dafür ein Glück bekommen. Umso wichtiger ist es, dass sie jetzt nach und nach lernt, hier passiert man auch nichts. Das ist eigentlich ehrlich. Also wir schauen ja mal, dass meine Kinder in der Schule sehr frei sind. Und dass sie merkt eigentlich, das ist da, weil ich vorher auch ein bisschen anders habe. Also da würde ich mir auch wirklich jetzt keine Sorgen nur machen. Das lassen wir einfach mal so weiterlaufen. Da kommt der einfach mal und äh... Das ist ja auch wichtig, also wenn jemand zum Mund dann irgendwo durch die Innenstadt geht, dann kommt der 0,5 bis in die Räder. Nee, das ist halt, weil ich halt jetzt auch oft unterwegs bin. Und die Tierarztin hat doch gesagt, dass es gut ist, wenn man mal in die Räder geht, dann kommt der 1,5 bis in die Räder. Genau, das ist auch ganz klasse.